Jo, wenn dein Sport dein Immunsystem stresst, jetzt habt ihr ein großes Fragezeichen, jetzt habt ihr ein großes Fragezeichen, du hast ein großes Fragezeichen, alle haben ein großes Fragezeichen, aber Moment mal, der Sport ist doch gut fürs Immunsystem, das ist doch das Beste, was wir für unser Immunsystem machen können. Und jetzt kommt Andreas, Mr. Thiel sagt, nö, nö, ist nicht so, Stress für unser Immunsystem, und ich werde es euch erklären. Ich werde es euch erklären, dass Sport auch das Immunsystem stressen kann, denn grundsätzlich stresst erstmal, egal was wir tun, wenn wir intensiven Sport betreiben, stresst der Sport erstmal unser Immunsystem, warum? Weil dem Immunsystem Energie entzogen wird, in der Reparatur, in der Regenerationszeit. So, und jetzt wird es super spannend. Sport heißt, oder im Sport, wie bei allen anderen Dingen, heißt es natürlich, die Dosierung macht das Gift. Die Dosierung macht das Gift bedeutet, wenn wir ständig im Sport überziehen, das heißt, wenn wir zu schnell laufen, wenn wir im Kraftsport bis ins Muskelversagen gehen, wenn wir uns im Kraftsport ständig überfordern, wenn wir uns, was die Sportlänge an, überfordern, wenn dazu eine bescheidene Ernährungsweise kommt, wenn dazu ein schlechter Schlaf kommt, wenn dazu auch noch Stressfaktoren von außen dazu genommen werden, in Form von Business-Stress, sozialer Stress, Familienstress, was es da alles gibt, dann kann zu viel Sport das Immunsystem krass schädigen, krass unterdrücken, und auf einmal wird man müde, und auf einmal ist man ausgepowert, und auf einmal ist man krank und wird ständig krank, hat ständig wieder eine Erkältung, die Erkältung geht nicht weg, man kommt morgens wieder aus dem Bett raus und fragt sich, was geht? Ich bin doch sportlich, ich pass doch auf, ich mache doch schon Sport und bin fleißig, und gehe auch draußen laufen, aber nichtsdestotrotz, meine Leistungspägel, mein Leistungspägel sinken, ich fühle mich unwohl, ich habe ständig Infektionskrankheiten. Ja, die Dosierung macht das Gift, denn ihr müsst euch so vorstellen, Sport ist natürlich, je nachdem intensiv wir betreiben, wir gehen jetzt mal davon aus, dass jemand sehr intensiv betreibt, ist natürlich kein Normzustand, sondern Sport, müsst ihr euch vorstellen, wir gehen wieder zurück in die Evolution, in die Steinzeit, und da war eben so, dass mal der Steinzeitmensch, der Neandertaler, musste halt mal flüchten vom Säbelzahntiger. Aber der ist natürlich keine 42 Kilometer gerannt, Augenzwinkern. Und er hat natürlich den Säbelzahntiger nicht acht Stunden hoch und runter gestemmt, und erst fünfmal in der Woche. So, er ist geflüchtet, auf dem Baum, hat es hoffentlich überlebt, und danach konnte er sich wieder regenerieren. Danach hat er vielleicht zwei Tage wieder so einen Vorfall gehabt später. Fünf Minuten Sprint, entweder gefressen und überlebt. Dann hat er mal, der Urzeitmensch, auch mal länger gehen müssen, um Essen zu besorgen, mit wenig Energie, Stress für ihn. Aber das hat er nicht fünf Tage gemacht, sondern in der Urzeit ist er gestorben, wenn er da aufgepasst hat, wenn er keine Rücksicht auf sich genommen hat. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn wir vier bis fünfmal in der Woche eine Stunde laufen gehen, als Freizeitsportler, nicht als Profi, mit einer hohen Intensität, mit einer hohen Forderung, ich muss in dieser Stunde mindestens, keine Ahnung, 8,5 bis 9 bis 10 Kilometer laufen. Ich brauche maximal, oder brauche mindestens pro Trainingseinheit 1.500 Kalorien, egal wie, ich gebe so viel Gas, dass ich jede Trainingseinheit 1.500 Kalorien habe. Ich muss unbedingt jedes Mal meinen Rekord brechen, im Bankdrücken, in den Beuge, was weiß ich was. Ich brauche fünf Trainingseinheiten pro Woche, ansonsten werde ich einen Verlust erleiden, ich werde mein Ziel nicht erreichen. Wir reden hier von Freizeitsportler, nicht von Profisportlern. Nicht von Menschen, die ihr Geld damit verdienen. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, das ist Stress. Das ist eine sehr hohe mechanische Belastung, wenn dazu kommt, dass der Schlafqualität nicht besonders gut ist. Wenn dazu kommt, dass auch noch sozialer Stress dazu kommt. Wenn dazu ein bescheidenes Essverhalten dazu kommt, dass wir einfach viele Dinge essen, die nicht gesund sind, dann kann es dazu führen, dass das Immunsystem in die Knie geht. Das Immunsystem ist dann down und wir sind natürlich geöffnet. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das Immunsystem ist down, wir machen an der Burg das Tor auf und da draußen sind lauter kleine Viren. Das sind die bösen Buben, die die Ritterburg natürlich stürmen wollen. Und das machen die dann auch noch. Die stürmen dann die Burg und das Tor ist offen, weil die da drin, die Jungs sind zu schwach. Die haben keine Power, die können das Tor nicht mehr zumachen. In dem Moment haben wir ein Problem. In dem Moment haben wir ein krasses Problem. Und genau deswegen ein guter Tipp. Sein Biofeedback zu lesen ist eine Kunst, vor allem für Amateursportler. Für Freizeitsportler, Profisportler haben oft auch technische Voraussetzungen, um ihr Biofeedback zu messen. Sie haben oftmals auch das nötige Gefühl. Und entsprechend dessen machen die rechtzeitig Pausen, achten natürlich über die Nährstoffzufuhr, zusätzlich auch ganz oft über Nahrungsergänzungen, dass sie alles zugeführt bekommen. Und somit sind die oftmals safer. Nur wir als Amateursportler, als Freizeitsportler machen da oft krasse Fehler. Ja. Und dann spürst du natürlich durch Müdigkeit, durch ständige Infekte, durch das, dass du im Training keine Leistung mehr bringst, spürst du, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist faul. Und es ist ein Immunsystem. Ja. Und jetzt kommt der Lösungsvorschlag. Erstens mal Biofeedback überprüfen. Regelmäßiges Biofeedback überprüfen. Das kann man entweder mit so einem Ring machen. Was ich habe, den Ora-Ring. Man kann es mit verschiedenen Fitness-Trackern machen. Man kann es auch machen, indem man den Ruhepuls misst, indem man sich morgens auf die Bettkante sitzt, fünf, sechs Tage den Ruhepuls morgens misst. Und wenn man dann zum Beispiel einen Ruhepuls hat im Durchschnitt von 62, hat auf einmal 67, ein, zwei Tage in anderen, dann weiß man, wenn es erschöpft, man weiß, im Körper ist irgendwas. Der Körper ist noch in einem Regenerationsprozess, Reparaturprozess oder ein Infekt ist im Anmarsch. Das ist eine Möglichkeit zu gucken, was ist hier los. Bio-Feedback überprüfen. Dann natürlich auch ganz klar, wenn ständiges Immunsystem down ist, wir sind müde, ist er nicht immer auch zu überprüfen. Passt unser Ernährungsverhalten zum Bewegungsverhalten? Auch das ist super wichtig. Viele Menschen fangen an, in der Woche drei, vier Mal Sport zu betreiben, ernähren sich aber noch genauso wie vorher. Die Qualität des Essens ist genauso schlecht wie vorher. Mir wird nichts geändert, obwohl der Körper einen höheren Anspruch hat. Weil ja die Bewegung da ist, sie braucht mehr Kalorien, auch mehr Mineralstoffe, mehr Spurenelemente, mehr Vitamine, mehr Aminosäuren. Wird aber keine Rechenschaft getragen. So. Und ich glaube, ihr wisst jetzt, dass wir hier natürlich aufpassen sollten, dass unser Immunsystem eben nicht dauerhaft zu viel leidet, denn das könnte natürlich dazu führen, dass wir ständig Infekte haben. Wenn wir ständig Infekte haben, sind wir ständig krank. Wenn wir ständig krank sind, geht die Motivation flöten. Irgendwann, wenn wir auf mit Sport denken, das bringt sowieso nichts. Ich mache jetzt schon Sport, bin fleißig und jetzt habe ich erst recht Probleme. So. Freunde, was haltet ihr davon? Wie klingt das für dich? Klingt das grundsätzlich gut für dich? Also ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wenn du selbst jetzt feststellst, hey, stimmt, ich nehme da überhaupt keine Rücksicht. und stimmt, ich bin dann echt mal öfters mal, habe einen Infekt, bin krank. Ich sollte tatsächlich mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Dann kannst du ins Tun kommen und zwar einmal natürlich Sport überprüfen. Ist es zu viel, was du machst? Überprüfen des Nährstoffzustandes. Sind alle Nährstoffe in ausreichender Menge da? Schläfst du genug? Wie schaut es aus mit deinem sozialen Stress? Ist der vielleicht auch noch hoch in Kombination? Müsstest du da auch eine Lösung finden, um den sozialen Stress zu reduzieren? Bist du selbst jemand, der Stress produziert? Also ein schönes Paket. Ein wunderschönes Paket, über das du dir jetzt Gedanken machen kannst. Du kannst aber sagen, lieber Andreas, weißt du was? Wie wäre es, wenn du dir darüber Gedanken machst beziehungsweise wenn wir beide uns darüber Gedanken machen? Könnten wir zusammenarbeiten? Ja, das könnten wir. Aber erst mal müssen wir feststellen, ob wir zusammenpassen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Deswegen hast du jetzt die Chance zu sagen, pass auf, ich trage mich ein unter andreas-drienbacher.com da findest du einen Wunschtermin für dich, trägst dich ein und da haben wir die Chance in kürzer Zeit zwischen 60 und 90 Minuten darüber zu sprechen, wie gehen wir bei dir strategisch vor, dass dein Immunsystem immer maximale Power gibt und dass du langfristig bei dem, was du tust, maximal viel Spaß hast und noch viel wichtiger, Erfolg. Denn wenn du keinen Erfolg hast, hast du keinen Spaß. Wenn du keinen Spaß hast, bist du nicht motiviert. Wenn du nicht motiviert bist, hast du keinen Erfolg. Jetzt bist du dran. Einmal eintragen unter andreas-drienbacher.com und wir sehen uns in Kürze. Bis dahin wünsche ich dir bei allem, was du tust, verdammt viel Spaß und natürlich den Fokus, dein Ziel zu verfolgen und Erfolg zu haben. Bis bald.